Ich nehm's ja zurück. Entschuldigung. Okay, jetzt weg. Gut, vielen Dank nochmal an Bruno. Der hat dieses derbe Peace hier für mich gemacht. Komm, bei mir seid ihr auch lauter. Es geht auch nur lauter. Das ist ehrlich geil. Das hat's für den. Sei mal bitte. Ja, okay, danke. Okay. Wer? Wer hat den längsten Atem, die meiste Spucke? Wer hat die besten Rimes und die dreiste Mucke? Mein Leben verlief von Anfang an. Ihr zickzack, meine Wörter überschlagen sich. Machen Seite und Flickflack. Doch deine Texte sind Schlickstack wie Tintac. Da kann man Max nach Hause gehen. Aber wo bin ich denn unbedingt? Ganz groß rauskommt. Wieso kann ich nicht mit nem einfachen Leben rauskommen? Wozu brauch ich Karriere? Wozu ein Haufen Geld? Obwohl das Leben grad so ist, wie es mir gefällt. Wir beruhigt werden auf der Welt. Doch ob man sich selbst verstellt, merken wir einen schadenfreuen Interview mit der Bravo. Denen meine Kopfschmerzen keinen Asperin. Rap ist meine Medizin. Mathias ist verzeichen von mir. Stehe hier mit dem Mic in der Hand und denke, wer ist der beste Rapper am Lass? Bin ich das nicht? Ja! So was nenn ich mal gesundes Selbstvertrauen. Aber wenn mich die anderen für selbst enthalten, hab ich es selbst verhauen. Aber das haltet ihr mich doch nicht, oder? Nein! Gut! Man muss das spielen mit dem Feuer. Man sitzt auf der Titanic, die Hand am Steuer. Wenn man aussät, ist es gut. Wenn man kassiert, wird es teuer. Und wenn man die Texte...